Danke sagen und für die Mutigen hier eine Inspiration. Sage drei Menschen Danke, die dir eine wichtige Erfahrung im Leben geschenkt haben. Du kannst sie anrufen, ihnen eine E-Mail schicken, einen klassischen handgeschriebenen Brief oder direkt ins Gesicht sprechen. Sollte die Person gar nicht oder auch nie wieder erreichbar sein, stell dir vor, dass ihr beide voreinander steht, euch in die Augen und ins Herz schauen könnt. Und dann sagt zueinander Danke, dass du mir diese Erfahrung ermöglicht hast. Und danke auch den Menschen, denen du positive Erfahrungen verdankst. Es gibt die kleine Geschichte von zwei Engeln, die sich im Himmel treffen und sich gegenseitig erzählen, was sie in all ihren Leben als Mensch gelernt haben. Da sagt der eine, ich habe alles gelernt, nur eins nicht, verzeihen lernen. Der zweite Engel sagt, ich kann dir das nächste Mal helfen, das zu erfahren, wenn du es möchtest. Das würdest du für mich tun? Du bist ein wahrer Freund, ich liebe dich, sagt der erste Engel darauf hin. Der zweite Schaut ihm tief in die Augen und sagt nur, vergiss bitte niemals, dass du mich darum gebeten hast. Jetzt